Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit dabei. Das ist echt zu glücklich, wirklich. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Warum bist du so irritiert? Ich dachte gerade, wir sind bei Beste Vater Freunde, weil wir gerade über unsere Kinder geredet haben. Ja, nein. Wechsel mal in den Modus. Wir sind beim Thema Fremdgehen, mein Lieber. Oh Gott. Und kann dir ja gerade gar nicht passieren. Genau. Mir kann das gerade nicht passieren. Du bist eigentlich ein absolut freier Fremdgeher. Vogelfrei. Ich bin treu. Ja, stimmt. Genau, du bist eigentlich treu. Das andere Wort. Dir selbst zumindestens. Naja, ich finde, das ist auch eine gute Phase, wenn man nicht fremdgehen kann. Aber du könntest ja gerade fremdgehen. Oh ja. Und die Frage ist immer, wo beginnt Fremdgehen? Und ich habe das bei einem Psychologen gelesen. Das ist ein Paartherapeut. Ich glaube, er kommt aus Trier. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Er meint, es gibt passive und aktive Treubleiber. Mhm. Und diese aktiven Treubleiber, das sind die, die eigentlich die Möglichkeiten hätten, fremdzugehen, die auch den Drang verspüren, so Bock auf andere Partner zu haben. Ja. Und dann gibt es die passiven Treubleiber, die A, keine Möglichkeiten haben, also wo sich gar nichts auftut. Okay. Und die haben auch eigentlich gar nicht so einen Drive in sich. Die haben gar keine Lust. Also und oder. Ja. Also entweder du hast keinen Drive oder du hast vielleicht auch Bock. Ja. Aber es ergeben sich keine Möglichkeiten, dann bist du auch ein passiver Treubleiber. Aber das ist aufgrund von äußeren Umständen. Ja. Du bist ein passiver Treubleiber. Ah, weiß ich nicht. Hast du Bock auf andere Frauen? Nee, aber wenn du mich so konkret fragst, ob ich ein aktiver oder passiver Fremdgeher oder beziehungsweise Treubleiber bin, das ist ja viel, viel wichtiger, nicht Fremdgeher. Ein aktiver, was ist ein passiver Fremdgeher? Einem, den das so passiert ist. Sorry, ich bin nur ein passiver Fremdgeher. Mir ist das passiert. Ja, Pickup-Artist sind wahrscheinlich passive Fremdgeher. Ah ja, passiver Fremdgeher ist jemand, der das eigentlich im Herzen gar nicht fühlt, aber der so viele Angebote kriegt, dass er eigentlich kann auch nichts dafür. Ja, oder die so viele Angebote. Den könnte man in der Beziehung auch keinen Vorwurf machen. Nee. Weil er ist einfach zu attraktiv für diese Welt auf allen Ebenen. Oder er sieht das Bedürfnis bei den anderen Leuten und ordnet das über seinem eigenen Bedürfnis ein, treu zu bleiben. Hey, ich habe eigentlich eine Partnerin und mir ist Treu sehr wichtig, aber ich merke, du hast gerade das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und ich bin hier der Diener der Welt. Der Diener der Liebe. So ein bisschen auch das Casanova-Prinzip. Ich liebe alle Frauen. Meine Liebe reicht nicht für eine. Der heilige Sankt Jakob. Oder auch der. Ja, aber ob ich aktiv oder passiv bin. Also ich würde schon behaupten, dass ich zumindest anfänglich eher aktiv war in jeder Beziehung. Aktiver Treue. Aktiver Treubleiber. Weil das würde ja bedeuten, ich würde in dem Moment, wo ich eine Frau kennenlerne und mit der in Beziehung komme, keine andere Frau mehr attraktiv finde. Wie lange hat denn das gedauert, bis du gesagt hast, oh. Ich glaube nicht am Anfang. Am Anfang ist man ja eher in dieser Verliebtheitsphase. Da ist es jetzt nicht so, dass man direkt auf die nächstbeste draufspringen will. Aber wann kam die Trockenperiode? Ich erinnere mich nicht mehr zurück, aber vielleicht so nach diesen klassischen zwei Jahren. Nach zwei Jahren, dass du gesagt hast, puh. Nee. Ich sehe hier auch noch andere Frauen. Nicht puh, aber man kriegt zumindest einen anderen Blick für die eigene Beziehung. Die Schaltklappen öffnen sich wieder so ganz langsam, so pro Monat so zwei, drei Grad. Also ich glaube, in jeder Beziehung ist es normal, dass man anfängt, darüber nachzudenken, ist das hier das Richtige? Und wie lange wird das noch gehen? Und möchte ich mit dieser Frau mein Leben verbringen? Also mir kann keiner erzählen, dass er ab dem ersten Tag sich hundertprozentig sicher ist, dass es jetzt für die nächsten 40 Jahre so weitergehen wird. Und holst du dir auf deine Frau einen runter oder auf Pornos und auf die Vorstellung mit anderen Frauen? Äh, alles. Also nicht alles zusammen. Nein. Wie der Nachbar so rüberkommt und klang. Du spielst auch eine Rolle in meiner Pornos und Fordersee. Aber es kommt ein bisschen drauf an. Also es ist in unterschiedlichen Momenten. Aber deine Frau spielt nicht immer mit? Nee. Also ich trenne schon. Sie kommt heimlich rein? Nee, nee, nee. Es gibt da Trennung. Also eventweder nur sie oder nur... Warum nicht gemischt? Es wäre für mich... Nee. Also komisch. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe das noch nie gemischt. Und... Also wäre denn auch ein anderer Mann erlaubt, der auch dabei ist, der mitmischt so? Ich wollte hier nur mal kurz gucken, ob kein Rohr verstopft ist. Nee. Nee, ich habe das noch nie vermischt. Jetzt, wo du mich so fragst, ist mir auch noch nie der Gedanke gekommen, das zu vermischen. Ab jetzt aber. Vielleicht ab jetzt. Verdammt. Ich habe die Idee geprimed. Ja, es wäre aber auch schon eher passives Treubleiben. Oder wäre es aktives? Nee, das wäre passives Fremdgehen. Das wäre der erste Schritt zum passiven Fremdgehen, glaube ich. Wenn man in seine Masturbationsfantasien andere Frauen mit reinholt. Ja, aber das machst du ja. Ja, aber nicht in Kombination. Immer nur getrennt. Hä? Das spielt auch keine Rolle. So, ich glaube, das macht schon einen riesen Unterschied. Nein. Als ob das einen Unterschied macht, ob deine Frau im Raum ist und dann bringst du mal eine andere Frau in deiner Vorstellung rein oder einen anderen Mann. Das sehe ich anders, weil du das in der Fantasie, das sozusagen dir einredest, dass es kein Problem wäre. Okay, besprich das doch mal mit deiner Frau und sag, hey Schatz, ich hole mir manchmal einen auf dich runter, sehr selten allerdings, also wirklich wahnsinnig selten, weil wenn du mal ehrlich bist, ist das sehr selten. Gut, dann Karten auf den Tisch, von zehnmal in Masturbieren. Wie oft kommt deine Frau da drin vor? Fünfmal. Du lügst. Aber ich muss auch nicht so oft masturbieren, so wie du vielleicht. Hör auf, du lügst jetzt gerade. Ich weiß ja, dass du Pornos guckst und dann, sie macht ja den Pornofilm nicht aus und sagt so, oh, in deiner Fantasie, jetzt bin ich dran, Tiger, jetzt hast du dich gut aufgeheizt, aber gegessen wird zu Hause. Okay, die letzten 20 Minuten mache ich mit dir. Nee. Wie oft guckst du ein Porno, wenn du masturbierst? Von zehnmal in zehnmal? Hä? Das ist aber dann neu, deine Entwicklung. Die letzten zwei Jahre haben wir vielleicht nicht über Masturbation. Ja, na doch schon, aber vielleicht nicht über die genaue Intensität in Kombination mit Pornos. Also von zehnmal, wie oft guckst du im Porno? Das ist ja auch 50-50. Muss ja, weil sonst kommt die andere Zahl nicht mehr hin. Ja, hast du recht. Also ich müsste sie so noch kleiner sein, weil es ja gibt ja noch gleich von dir die Frage, wie oft in deiner Fantasie mit anderen Frauen. Und wie oft in deiner Fantasie mit anderen Frauen? Nach der Rechnung ja gar nicht mehr. Ja, und in Wahrheit? Würde ich eins von zehn sagen. Eins von zehn. Und sind das dann Frauen, die du kennst und mit denen du schon mal was hattest? Ja, ja. Es ist leider, also ich möchte mit diesen Personen auch nichts zu tun haben. Außer Sex. Diese Menschen gibt es ja, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will, außer Sex. Und das macht den zwischenmenschlichen Umgang manchmal sehr schmerzhaft. Ja. So, eigentlich möchte ich von dir menschlich nichts außer Sex. Ja. Also kommt die Zahl mit deiner Frau ja nicht ganz hin. Nein. Wir sind ja dann nicht, du hast mich angelogen. Es tut mir leid. Macht nichts. Viel schlimmer ist, dass du deine Frau anlügst. Sie hat mir diese Frage ja noch nicht gestellt. Würdest du da offen und ehrlich antworten? Ja, würde ich. Also ich glaube, es würde einen riesen Streit losbrechen. Aber ich würde ehrlich antworten. Okay. 97 Prozent der Menschen, die in einer Partnerschaft sind, erwarten von ihrem Partner, dass sie treu bleiben. Ja. Relativ viele. Das ist eine Menge. Was mit den restlichen drei Prozent? Die sind dann... Für eine andere Erfahrung der Beziehung. So wenig. Und das kann ja auch dann Treue bedeuten. Was ist das für eine Umfrage gewesen? Die muss irgendwo in ländlichen Bereichen stattgefunden haben. Meinst du, 97 Prozent leben monogam in Deutschland? Treu sein heißt ja dann auch, sich an die Absprachen halten, selbst wenn du eine offene Beziehung lebst. Also wir reden nicht von monogam, sondern wir reden von einem Konstrukt, wo beide Seiten einig sind über das, was passiert. Genau. Im Innen und im Außen. Aber... Hui, ist schon auch schon diskussionswürdig. Zwei Drittel der Menschen gehen einmal mindestens in ihrem Leben fremd. Das heißt, 97 Prozent wünschen sich das, fast alle. Aber nur ein Drittel schafft das, auch das durchzuleben, den Wunsch. Wenn es bei dem einen Mal bleibt, wäre das ja auch okay. Nee, die meisten, die einmal fremd gehen, gehen häufiger. Ja, klar, weil das Tor erstmal aufgestoßen ist, dann... Jetzt spielt es ja auch keine Rolle mehr. Ob einmal oder zweimal. Würdest du sagen, es wird moralisch schlimmer? Also, die Statistik zeigt, dass ein einmaliges Fremdgehen eher verziehen wird, als eine Affäre oder ein häufigeres Fremdgehen. Weil das dann auch von langer Hand geplant ist. So ein einmaliges Fremdgehen ist ja sowas, wo du dir denken kannst, so... Ah ja, okay, es passiert vielleicht in der Laune, Lust und Laune quasi. Aber wenn es häufiger passiert, dann ist es meistens von langer Hand geplant. Bei einem Mal kann man sich auch besser rausreden. Und eine Affäre ist natürlich viel schlimmer, weil du deinen Partner, deine Partnerin über Monate oder Jahre belogen hast. Und wie willst du dich da langfristig rausreden? Du kannst dich ja weder mit Alkohol oder Überbelastung oder was weiß ich rausreden. Ich hatte eine ständige Überbelastung auf meinem Lachs. Du kannst dich auch nicht mit der Casanova-Lüge rausreden. Ich liebe alle Frauen. Eigentlich nur dich, aber diesmal wenigstens noch eine andere. Habt ihr eigentlich so eine explizite Absprache, wann bei euch Fremdgehen beginnt? Oder ist das sowas, was implizit in einer Dorfgemeinschaft mit rumwabert? Du meinst, weil die da alle miteinander sowieso? Ja, diese Feste, die Schützenfeste. Das ist erstaunlich langweilig und nicht so, wie man sich vielleicht wünschen würde manchmal. Dazu ist es zu wenig Dorf, sondern zu viel Stadtrand. Ah, okay. Da mischt sich beides. Ne, wir haben darüber nicht gesprochen. Ich glaube, es ist aber klar. Also für mich ist es klar und für sie ist es auch klar. Ja, okay. Was ist es für dich? Also ab wann Fremdgehen losgehen würde? Also für mich wäre Fremdgehen in dem Moment, wo ich für eine andere Person im Kontakt mehr empfinde, als nur Freundschaft, wenn es anfängt. Dafür kann man ja jetzt erstmal nichts. Genau, dafür kann man nichts. Aber in dem Moment, wo das passiert, ist es eigentlich schon notwendig, darüber zu reden mit seiner Partner. Das ist dann passives Fremdgehen? Ist es passives Fremdgehen? Und aktives wäre dann auch, was zu machen, ne? Genau. Also aktives wäre ja dann... Also ist das andere schon passives Fremdgehen? Ist auf jeden Fall nicht passives Treubleiben? Hm, ist es aktives Treubleiben. Ja. In dem Moment, wo ich mit einer anderen Frau, die ich irgendwie aus einem anderen Kontext heraus kennenlerne, mehr Zeit verbringen möchte und dann auch mehr empfinde und dann das kommuniziere mit meiner Partnerin oder meiner Frau, ist es auf jeden Fall aktives Treubleiben. Aber diese Treue, das bespricht man ja super selten eigentlich, ne? Ich wüsste gar nicht. Es gibt so ein Moralverständnis, was okay ist und was nicht okay ist und keiner weiß, ob alle dieses selbe Moralverständnis haben. Wie wäre es denn umgekehrt, wenn sie überhaupt nichts für denjenigen empfinden würde, wirklich nichts und trotzdem mit dem Sex hat? Ist das dann auch Fremdgehen? Für mich? Ja. Was ist schlimmer? Die emotionale Nummer des Fremdgehens oder die körperliche? Ey, früher hätte ich gesagt, das Körperliche. Heute würde ich sagen, das emotionale Fremdgehen. Ja? Ja. Schlussendlich hängt dann so viel mit dran an der Entscheidung, hey, ich lasse mich auf einen neuen Partner ein oder auf einen neuen Menschen emotional und damit stelle ich auch unser komplettes Lebensmodell in Frage, wäre das für mich, glaube ich, mittlerweile schlimmer als nur, hey, wir haben beide was getrunken und haben miteinander geschlafen, aber es gibt keine Gefühle. Also, findest du, beide Seiten haben eine Mitverantwortung beim Fremdgehen oder ist eigentlich der, der fremdgeht, verantwortlich? Du meinst, wenn der neue Typ, der dann da irgendwie aufschlägt, weiß, was sie... Die beiden, die eigentlich in der Kernpartnerschaft sind, nicht die Leute, die von außen reingezogen werden. Also, ich hätte da eine Mitverantwortung fürs Fremdgehen. Nee, ich frage die. Ja, ich frage. Das war nicht so gereizt. Nee, nee, ich frage die Frage zurück. Also, du meinst mich nicht denjenigen, der fremdgeht. Wenn es Frau fremdgeht, hättest du da eine Mitverantwortung, weil sie sagt, hey, ich habe mich emotional nicht mehr so sicher gefühlt bei dir. Ja, vielleicht. Also, es muss ja einen Grund geben. Der Grund muss ja nicht nur... Ihre Beziehungsangst vielleicht hat reingekickt nach so 15 Jahren aus dem Lied zu kommen. Ich bin super sicher gebunden, aber auf einmal kam es wieder hoch. Diese alte Kindheitserinnerung, ja. Also, ich glaube, es wäre naiv zu denken, wenn mit einem fremdgegangen wird, also wenn deine Partnerin fremdgeht, zu sagen, hey, es liegt nur an ihr und sie hat sich neu verliebt. Und ich glaube, ich wäre hoffentlich reflektiert genug, mich zu hinterfragen, was lief schon vorher bei uns falsch? Warum konnte es überhaupt dazu kommen? Natürlich ist der Schritt dann in ihr verhaftet, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es auch eine Begründung im Hintergrund gibt. Also, wenn alles ideal ist und, ja gut, für Gefühle kann man nichts, könnte man jetzt behaupten, aber auch das. Deswegen meine ich, also das schließt so ein bisschen die Frage, würde für mich körperliches Fremdgehen schlimmer sein als emotionales Fremdgehen? Deswegen wäre emotionales Fremdgehen für mich mittlerweile schlimmer als körperliches. Weil das ganze Lebensmodell, was wir uns ja aufgebaut haben, wie gesagt, dadurch ja komplett hinterfragt wird. Und ungeschützt ist... Ja, ich finde, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Fremdgehen geschützt und Fremdgehen ungeschützt. Wäre das für dich ein Unterschied? Ja, vor allem, wenn es derjenige nicht sagen würde. Als du fremdgegangen bist, hast du dann immer geschützten Sex gehabt? Ja. Das war für dich auch wichtig, das war so ein Gefühl von, ja, wenn ich jetzt fremdgehe, dann wenigstens geschützt war. Ja, nee, ich habe sowieso mit anderen Frauen, also ich würde sagen, ich bin eher übervorsichtig als so nachlässig. Das ist für mich eine Sache, die ist ultra wichtig. Aber spielt da auch der Gedanke rein, mit Kondom ist es nicht wirkliches Fremdgehen? Genau, richtig. Da habe ich dann einen Abstand. Wir haben uns dann nie wirklich berührt. Genau. Nein, Mann. Ich bin einfach da so, dass ich denke, meistens kennt man die Frauen nicht so richtig krass gut. Also, oder? Nein. Woher denn auch? Es sei denn, es ist einer aus dem Freundeskreis, was richtig schnutzig ist. Genau, dann hat man natürlich die beste Freundin von der eigenen Freundin. Oder aus der näheren Verwandtschaft. Aber in den seltensten Fällen kann man sie ja für sich und für den anderen Menschen die Hand ins Feuer legen. Ja. Und das wäre einfach eine Sache, die würde ich nicht machen wollen. Hattest du denn mal eine Affäre, wo du länger mit einer anderen Frau geschlafen hast, aber warst du in fester Beziehung? Nee. Ach, schade. Hattest du das mal? Nee. Ich hatte nie eine Beziehung, eine Affäre nebenbei. Aber wie wäre das dann, sagen wir mal, hypothetisch, du hättest jetzt eine Beziehung und hättest dann ein Fremdgeheereignis, wo du dann Kondom trägst. Und dann wird aus diesem Fremdgehen aber eine Affäre, eine regelmäßige. Ja. Würdest du dann trotzdem immer mit Kondom mit dir schlafen oder würdest du das irgendwann ablegen? Oder wäre für dich, diese Grenze würde ich nicht überschreiten, weil dadurch entsteht so eine mentale, es ist noch nicht so richtig hundertprozentiges Fremdgehen. Beziehungsweise meine Freundin hat den Kondomlosenlachs verdient, aber meine Affäre nur den Kondomlachs. Also ich finde, da ist immer das Ding, dass du das absprechen musst mit deiner Kernbeziehung. Hey, ich bin nicht nur einmal fremdgegangen, ich habe jetzt eine Affäre nebenbei und wir planen gerade ungeschützt. Wir haben uns das testen lassen, wäre das für dich okay. Okay, also ich meine jetzt nicht die Affäre, sondern der Ungeschützte. Du musst es aber hypothetisch machen, weil du hast ja keine Affäre. Hypothetisch. Ja, du fühlst ja keine Affäre, du bist ja mit ihr glücklich, aber ich würde es einfach für die Zukunft mal klarstellen, falls es passieren könnte. Es gibt super viele, die haben einfach eine Affäre und mir wäre das glaube ich zu viel Stress emotional. Ich glaube, Fremdgehen als solches ist ein krasser emotionaler Stress, aber da eine Affäre auch über mehrere Jahre haben, schafft ja immer so ein bisschen Abstand zur eigenen Beziehung. Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Manche brauchen vielleicht genau diesen Abstand. Ja, vielleicht führt es aber auch genau bei manchen eher zu einer scheinbaren, spannenderen Beziehung mit der Kernpartnerin, weil irgendwie bleibt alles aufregend und die Partnerin wundert sich oder freut sich. Hey, wir sind die ganze Zeit in dieser Verliebtheitsphase und kommen da gar nicht mehr raus und der Grund dafür ist eigentlich, dass es eine Parallelaffäre gibt, die sozusagen das ganze Thema die ganze Zeit aufrechterhält und aufheizt. Ja, by the way, auch dieses, hey, die ersten zwei Mal haben wir geschützten Verkehr und dann irgendwann nicht mehr, so aus dem Nichts heraus, keiner redet drüber. Ich finde, man sollte dann schon noch einmal kurz abklären, hey, wann hast du den letzten Test gemacht und wie viel ungeschützten Verkehr hattest du seitdem? Das ist eine ganz praktische Frage, weil nur weil man sich da ein bisschen besser kennenlernt, ist nicht alles gut. Ja, kann ich nicht behaupten, dass ich da immer so das gehandhabt habe, ganz im Gegenteil. Ich war eher der nach zwei Mal, die heiligen drei und dann ist es okay. Jetzt sind wir wieder sauber. Hast du das mit deiner Frau aus so gemacht? Ja. Habt ihr seitdem mal einen Test gemacht? Nee. Krass. Aber was wäre, wenn jetzt irgendwas rauskommt? Also gut. Das wäre sehr un... Also klar, man könnte... Also es müsste ja... Also eine langfristige... Wenn du mal wieder auf so einer Flugzeugtoilette so langgerieben hast mit deiner Haar, ich will so flopp. Genau. Also klar, wir haben beide... Nee, wir haben keinen Test diesbezüglich gemacht, aber es gab mal Situationen, wo wir Tests machen mussten. Und Blutabnahmen, wo das mitgetestet wurde, da war das bei mir. Denkst du dir so? Nee, ich weiß, es gab mal einen, den ich machen musste. Gut. Eine Sache, eine Statistik würde dich überraschen. Ja, okay. Gehen mehr Männer fremd oder mehr Frauen? Frauen. Nein, mehr Männer. Ich wollte dich einfach nur die Falle machen. Wie viel? Weil es ja ungefähr zwei Drittel sind. Es sind so 40, ein bisschen über 40 Prozent bei den Männern und gut die Hälfte bei den Frauen. Also so ein bisschen über 20 Prozent. Ach krass. Ja, macht irgendwie auch Sinn, das Klischee. Und gibt es da einen Unterschied zwischen städtischen und ländlichen und dann auch nochmal Frauen und Männer? Es gibt einen Unterschied zwischen den Gründen, den Beweggründen, warum die fremd gehen. Ja. Frauen gehen häufiger klischeehafterweise aus emotionalen Gründen fremd, weil sie sich emotional nicht geborgen fühlen. Hey, ich glaube, das Hauptproblem, warum sich Frauen von Männern trennen, Hauptproblem Nummer eins ist, dass sich Männer nicht öffnen und damit der Frau nicht wirklich ein emotionales Zuhause geben oder die Möglichkeit anzudongen. Es höre ich bei allen Frauen über 20 Prozent. Mit denen du eine Affäre führst? Nein. Mein Mann hat sich wieder nicht geöffnet. Aber bei dir? Ah, es fällt mir schwer, aber komm her. Kondom drüber. Nein. Ich habe diese Statistik selbst erhoben. Stichprobenzahl. Nein, aber höre ich wirklich von allen Frauen über 20, dass das der Grund ist. Und bei Männern ist es ein körperliches Bedürfnis, warum die fremd gehen. Surprise, surprise. Aber Frauen holen by the way auf. Woran liegt das, denkst du? Dass sie mehr aufgrund von körperlichen Bedürfnissen in die Affäre gehen? Ja, nee, auch könnte sein, aber... Das holen sie auf oder was holen sie auf? Generell das Fremdgehen holen sie auf. Fremdgehen generell. Dass Männer mehr zu ihren Gefühlen kommen und deswegen Weicheier werden und die Frauen dann wiederum nicht das bekommen, was sie wollen, nämlich einen richtig harten Kerl. Genau. Und deswegen gehen die Frauen... Frag mich doch. Danke, dass du da mal aufräumst in dem ganzen statistischen Kauderwelsch. Es ist ja endlich mal gut, dass da jemand ein hartes Schlaglicht darauf wirft. So erklärt man sich zumindest, dass diese soziale Ungleichheit zwischen Mann und Frau immer weniger wird, zumindest in Deutschland. Und dass Frauen dann selbstbestimmt erleben können, weil sie eben diese Abhängigkeit von Männern... Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ja. Nur ein bisschen anders reframed. Ja. Nochmal zu den Gründen, warum Menschen fremdgehen. Einmal, die emotionale Nähe fehlt, die Körperlichkeiten fehlen. Dass du dir denkst, okay, dann hole ich mir das eben woanders. Es gibt ja wirklich so auch Partner, die damit drohen. Hast du deiner Frau schon mal da so gedroht? Nein, aber ich hatte einen Kumpel, der hat das gemacht. Wirklich? Ja, der hatte irgendwie, ich glaube, fast zwei Jahre keinen Sex mehr. Und... Okay, dann fahre ich jetzt in den Stall. Was mache ich da? Ich fahre auf den Schafshof. Ich habe mir ein neues Hobby... Für eine Hirte. Genau, für eine Hirte. Er hat erstaunlicherweise sein krasses Interesse an Schafen. Er hat das Imkern aufgegeben und seine Sauerteigbrote. Aber er ist irgendwie Hirte geworden. Ziegenhirte. Und wir haben seit neuestem auch ein Schaf draußen im Garten. Nein! Ich gehe mal kurz hübsch, gute Nacht. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Er hat sich auch einen Stall gebaut und manchmal abends um 21 Uhr verschwindet er mit diesem Schaf im Stall. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, wenn du erfährst, dass dein Freund Mann fremd geht. Boah, natürlich ist das schlimmer. Ja, aber dann geht es nicht um dich. Also das Ego ist weniger gekränkt. Boah, das geht um... Oh, ich weiß nicht, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich wette, 100%. Das Ego ist weniger gekränkt. Das Ego ist viel mehr gekränkt. Stell dir das mal vor, dass du... Nee, das wäre viel schlimmer. Meinst du? Ja, natürlich. Nein. Doch, Mann, ey. Wie, du gehst fremd und dann... Aber das Schlimmste ist, dass das dann... Er hat mich betrunken. Mit wem? Und dann ist er so still. Und man möchte es eigentlich nicht sagen. In so einer Anti-Alkoholiker-Gruppe. Wo die so zusammensitzen. Hallo, Mary. Hallo. Aber eigentlich kannst du damit jede Runde auflockern, wo Frauen und Männer zusammensitzen, die betrogen wurden. Weil du hast ja automatisch so ein soziales Gefälle. Na, auf jeden Fall. Wenn alle so von ihrer Trennung und von ihrem Betrug erzählen. Und du so, ja, mir ist das auch passiert. Und dann das Erste so, ja, ich wurde betrogen. Und dann so, Mistkerl und so. Und dann, wie ist es passiert? Und du musst die Geschichte und alle so, schlecht geht es mir doch nicht. Ja, du währst das Ganze auf. Vor allem, ich weiß gar nicht, ich wurde betrogen. Ja, doch. Nee, aber es ist auf jeden Fall fürs Ego nicht gut. So funktioniert ja am Ende Gruppentherapie, ne? Ja. Es ist ja nicht, dass wir was von den anderen Leuten lernen, sondern dass wir einfach uns sozial aufwerten, weil es den anderen noch schlechter geht. Du darfst halt nie derjenige sein, der ganz unten in der Kette ist. Ja. Sonst musst du in die Therapiegruppe wechseln, wo es noch schlimmer ist. Wohin wechselt man dann zu? Also, wenn man bei den Schaffickern ist, meinst du? Hä? Du hast es ausgesprochen. Dann geht man danach. Puh. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird zu der Gruppe, mein Mann ist mit meiner Couch fremdgegangen und will mit mir nicht mehr schlafen. Objektophil, meinst du? Ja, genau. Ich weiß nicht. Aber ey. Ich weiß nicht. Ist es schlimmer mit dem Schaf oder wenn du weißt, hey, der hat sich zehn Jahre lang an dieser Couch vergangen. Ist das noch ein Kink oder ist das schon ein bisschen drüber? Stimmt, du hast recht. Wir wollten nicht Kink schämen. Ja, stimmt. Das könnte einfach nur ein Kink sein. Ja. Kleiner. Also, Objektophilie ist ein Kink wahrscheinlich. Ist es. Mit Tieren. Da müsste man die Tiere befragen, ob die das auch wollen. Nicht. Ja. Und lass uns das Thema lassen, bitte. Wir haben uns schon viel zu weit reingegangen. Hier sind wir nicht als Experten. Das war natürlich ein Scherz mit der Gruppentherapie. Das weiß auch jeder, ne? Hoffentlich. Müssen wir das ansagen? Ja, müssen wir. Ja, Witze und Humor wird immer dann besser, wenn man ihn danach nochmal erklärt. Es gibt ja auch diese Leute, so entsteht ja auch so eine Fremdge-Spirale. Ja. Wenn man betrogen wurde, dass man es dem anderen heimzahlt und sagt, okay, jetzt habe ich einen Freischuss. Mhm. Ist auch nicht so richtig gesund für die Beziehung. Hattest du sowas schon mal? Wurdest du schon mal betrogen? Ich glaube ja, ich weiß es nicht genau. Von wem? Also meine eine Freundin, mit der ich zusammengekommen bin damals, sie hat schon in ihren Beziehungen vorher, das wusste ich, weil ich die länger kannte, das fröhlich ausgelebt, dass sie mit anderen Typen geschlafen hat. Und unter anderem hat sie auch mit mir geschlafen, als sie schon in der Beziehung war. Ich bin da mit ihr zusammengekommen. Und ich will nicht so naiv sein und glauben, dass... Bei dir hat das auch gehört, weil du da jünger bist. Wir waren zwei Jahre zusammen und sie war sehr oft feiern und sehr oft unterwegs. Und ist auch oft spät nach Hause gekommen. Ja, genau. Und du hast... Hey, egal, was du sagst... Husch erst mal bitte kurz unter die Dusche. Ich mag immer den Geschmack von anderen Männern. Ich frage mich gerade, weil es gab ja ganz oft die Situation, dass sie nach dem Feiern dann doch noch zu mir gekommen ist und wir dann miteinander geschlafen haben. Hat sie da zwischendurch vielleicht sich anderweitig etwas abgeholt zusätzlich? Ja, aber jetzt ist es egal. Jetzt? Heute ist es egal? Ja. Oder wieder fährt dir dann noch einen Schauer? Ja, es schauert mich gerade ein bisschen. Ja? Das war mir bis jetzt alles egal, was da passiert ist, weil ich glaube schon, dass sie mir freund gegangen ist. Aber ich... Macht das einen Unterschied, ob da ein Tag dazwischen ist oder eine Stunde? Ja. Warum? Also wenn du... Oder 20 Minuten? Ja, eigentlich genau 20 Minuten. Boah, es war so schlecht. Ich fahre jetzt zu meinem Freund. Das ist dann die Ausrede. Ja. Oh ne. Ja, ist schlimmer. Du machst, dass eine Frau treu sein will, mein Freund, mit deiner Leistung. Das schlimmste Kompliment, weil das das Schlimmste, was einem passieren kann. Der Treue-Tester. Ja, genau. Der Treue-Stifter. Der Heilige sagt, Jakob, ich bringe unglückliche Paare wieder zusammen und zeige ihnen, dass es doch gar nicht so schlecht ist. Weil du so schlecht im Bett bist. Aber es ist nur Schein. Ich täusche nur an. Ich underperforme extra. Oder vor allem fühlst du vorher die Erwartungshaltung so krass, indem du da schon auf der Tanzfläche und in den Bars, wo du dich mit denen triffst, den krassen Casanova raushängen lässt und dann machst du nur den Seestern. Würdest du es wissen wollen von deiner Ex-Freundin, wie es war? Ja, wenn ich sie nochmal treffen würde heute. Würde sie dir die Wahrheit sagen? Ich glaube ja. Ja? Weil würdest du, wenn jetzt so nach... Nein, ich würde nicht fragen. Nein? Warum nicht? Jetzt so direkt? Hey, schön dich wiederzusehen. Übrigens, mir liegt da was auf dem Herzen, was ich schon immer mal wissen wollte. Ich habe es in einem Podcast besprochen und ich würde jetzt gerne mal die Wahrheit wissen. Die Nächte, in denen du da so total alkoholisiert und verraucht und dich in mein Bett geschmissen hast, da mischte sich noch ein anderer Geruch mit rein. Bei mir ist letztens eine Ex-Freundin nachts aufgeschlagen, weil sie in der Bar nebenan gefeiert hat und meinte so, kann ich bei dir schlafen? Und ich so, ich habe normalerweise mein Handy immer nachts auf lautlos und ich so, warum eigentlich nicht? Und hat sie bei dir geschlafen oder hat sie bei dir geschlafen? Ja, tatsächlich. Also, man hat gemerkt, also sie war ein bisschen alkoholisiert, also sie war noch richtig geil im Bad, hatte ich schon gemerkt. Ja. Und das merkst du ja, also bei mir ist es so, dass es so eine Wanne gibt und dann ist davor so ein Zwischenraum und dann kommt ein großes Waschbecken, ein großer Spiegel und dann kannst du dann die Zähne putzen. Und wenn du auf der Wanne sitzt, dann bist du so genau ein bisschen über Arschhöhe der Frau. Ja. Und manchmal merkt man schon die Art und Weise, wie sich eine Frau die Zähne putzt denn und wie sie auf dem Waschbecken auflehnt. Ein Mann bist dann du. Ja, normalerweise sitze ich da oder meine Tochter. Aber in dem Szenario sitze häufiger ich da. Ja. Und wie sie sich die Zähne putzt und wie sie sich so regelt, nehme ich das immer schon als Vorspiel wahr. War sie nackt beim Zähneputzen? Nee, aber sie hatte einen sehr kurzen Rock an. Die sind auch ein bisschen hochgeschoben heute. Und so Strumpfhosen. Hatte sie oben schon das Oberteil aus? Nee, aber kein BH an, falls es dich genau interessiert. Also sie hatte so ein Netzoberteil an mit so Aufklebern. Wo kamen die denn her? Was für eine Bar hast du denn bei dir da unten? Das war eine Verkleidungsparty. Ich dachte, du bist umgezogen direkt neben den KitKat Club. Ich wohne nicht so weit von da, aber es war nicht aus dem KitKat Club. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay. Aber ich war auch nicht so wirklich aktiv. Keine Ahnung, weil ich dachte, lass sie erst mal ankommen. Hat sie deine Zahnbürste benutzt oder die deiner Tochter? Nee, die BesucherInnen-Zahnbürste. Ach, du hast eine für alle? Ich tue immer so, als ob die neu ist, ja. Wie machst du die sauber zwischendurch? Nein, Mann. Habe ich die Boards so ausgefetzt? Ja, du putzt die mit ganz schön viel Druck. Du hast wie so einen Psychokiller, hast du so deinen Schrank mit so 20 Zahnbürsten, die du so, ah, heute kommt sie. Nee, nee, das ist schon elektronisch so, dass mit dem Klingeln die Zahnbürste aus dem Fach droppt, weil am Fingerabdruck erkennt das System. Du hast so ein Flaschenpost, so ein Rohrpost-System. Ja, genau. Und dann flutscht die richtige Zahnbürste ins Fach. Direkt rein. Genau. Und dann wird die wieder ausgewechselt, sobald die Person die Tür verlässt. Anhand eines Stimmendecoders. Nein, es ist natürlich eine saubere Zahnbürste, die man dann kriegt. Die kommt aus der Verpackung. Die Verpackung ist natürlich nie zu. Ich meine, ich habe es schon mal erzählt, aber das ist ja wirklich absolute Zahnbürsten-Widerling. Der hat ja so eine Spirig-Gemeinschaft. Und da fluktuieren, weiß nicht, so 30, 40 Zahnbürsten in so einem Schrank. Und die packt dann immer in so einen großen Topf, wie so eine Hexe, die so einen Kräutertunk macht, und wirbelt die rum. Und wenn du diese ganzen 30, 40 Menschen in einem Raum hast, weißt du ja, wenn du eine von diesen Zahnbürsten nimmst, hast du mit allen eigentlich mal einen Zungenkurs gehabt, nur dass kurz danach heißes Wasser in deinen Mund gekippt worden ist. Und du damit googeln durftest. Aber es ist einfach eine wahnsinnig widerliche Vorstellung. Ja. Aber hast du jetzt mit der Zahnbürstenfee geschlafen? Also wir sind dann zu mir im Schlafzimmer. Das heißt, die Situation im Badezimmer, wo du sie beobachtet hast, hätte eigentlich dazu führen müssen, nach deiner Interpretation, und dann auf einmal kickte dann was anderes rein. Ja, wir haben uns dann hingelegt. Ich habe hier zwei große Bettdecken, und dann hat sie so ihre Hand zu mir ausgestreckt, und ich habe sie genommen, und in dem Moment ist sie eingeschlafen. Nein! Ja, aber du kannst ja dann auch nicht so aufwachen. Scheiße. Ja. Und es gab dann auch nicht morgens eine Überraschung? Die Überraschung war, dass ich tierisch notgeil aufgewacht bin. Das war keine Überraschung, denke ich. Das glaube ich auch. Nee, nee, war alles gut. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir nicht mehr miteinander schlafen. Hattest du schon mal mit ihr geschlafen? Ja. Ah, okay. Schon häufiger. Also es war auch schon Woody Call, der dann keiner wurde? Genau. Ah, okay. Wie frustrierend. Ja, und andererseits ist es auch, sie hätte sich auch ein Hotel nehmen können. Hat sie dir wenigstens Geld dagelassen, dass sie da bei dir schlafen durfte? Nee, ein ungemachtes Bett. Ah, schön. Und da teilst du bei Frauen zwischen denen, die dir das Bett machen, wenn sie gehen, und die, die das nicht machen? Es gibt ja welche, die hinterlassen alles so super schlampig, und manche geben sich so ein bisschen Mühe, wenigstens die Gläser zusammenzustellen. Ich fand es immer irritierend, wenn die das gemacht haben. Ja? Mich irritiert es überhaupt nicht. Wenn die das aufräumen danach? Mich irritiert es eher, wenn eine Frau nicht das Bett macht. Ja, komisch. Ich meine das auch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin. Wirklich? Natürlich. Du gehst dann aus dem Bett raus, nachdem du geschlafen hast, so jetzt erstmal hier. Ja, besonders wenn ich mich morgens rausschleiche. Ach so. Ganz leise, das Kissen aufschütteln, so, ich war nie da. Vorher noch so mit so einem Besen, so die letzten, so rückwärts laufen. Finger ab, Rücke wegwischen. Und dann rückwärts laufen mit den Schuhen und zack. So so ein Tatortreiniger. Ja. Und alle Nachrichten noch aus ihrem Handy löschen. Ja. Dass sie so morgens aufwacht und so. Ich hatte einen merkwürdigen, lebendigen Traum. Und dann versuchst du so die Nummer zu finden. Alles weg. Selbst die Zahnbürste wurde mitgenommen. Nee, ist gereinigt. Ist gereinigt. Ist schon ausgekocht. Wieder zugekippt. Ey, das wäre so lustig. Aber auch so beängstigend zugleich. Wenn du wirklich mit einer Frau so ein ganz tolles Date hast und danach alle Spuren bereinigst. Ja. So die Rechnung aus der Kreditkarte weg, falls sie gezahlt hat. Taxisachen weg. Alles weg. Wirklich alles. Kondome, die benutzt worden sind. Alles weg. Nummern, Nachrichten. Ja. Und für sie ist es dann so super lebendig. Es ist krank auf jeden Fall, ne? Guck mal, aber es ist schön, dass dir der Gedanke kommt. Wahrscheinlich hattest du den schon mal. Wie wäre es eigentlich? Also es kam ziemlich spät, diese Einschränkung, dass du krank bist. Aber irgendwie hat es auch was Lustiges. Ja, hat auch sehr, sehr lustig. Wenn man sich nicht mehr so überlege, wie das wohl wäre. Und dann wacht man morgens auf und hat so einen wahnsinnigen, lebendigen Traum. Und dann triffst du einen anderen Menschen auf der Straße, der die ganze Story kennt. Und der erzählt dir was vom Träumen. Nee, und der erzählt dir dann, hä, Jakob? Der ist seit einer Woche im Ausland. Der ist verreist. Guck, ich hab Bilder. Aber der macht dann den zweiten Approach quasi und sagt so, aber kennst du die Theorie von diesen Paralleluniversen, dass alles zur gleichen Zeit passiert und wir eigentlich immer nur aus dem Traum aufwachen und in einen neuen Traum kommen und in eine neue Realität aufwachen. Und das ist eigentlich, dass wir die ganze Zeit auch in diesem Leben träumen. Und wenn wir aufwachen, sind wir im neuen Leben, in dem wir wiederum träumen und aufwachen und aufwachen. Eigentlich bist du die ganze Zeit dabei aufzuwachen. Und das ist der neue Typ, mit dem du dich anfreundest. Und der zieht genau das gleiche durch. Und der zieht genau, und spätestens da kannst du eingeliefert werden. Weil ich hier in so einer Sektengemeinschaft seid. Und dann nennen sie die Traumsekte. Die einen, deren Ziel ist der andere. Oh Gott. Kliniken wieder füllen. Die Ewigkeiten, immer diese Spielspielen. Oh Gott. Wie kamst du auf diesen Gedanken? Das widert mich gerade selber. Kennst du das, wenn du irgendwo in deine Fantasie abgebogen bist und denkst so, wie wahnsinnig hässlich ist diese Welt hier. So invasive Gedanken, wo man sich fragt, warum passiert das gerade? Ich finde, eine Sache kommt häufig viel zu kurz, wenn man betrügt. Also Betrüger, Betrügerinnen haben einen Gedanken ganz selten. Wie würde es meinem Partner, meiner Partnerin damit gehen, dass ich das jetzt gerade tue? Meinst du wirklich, dass sie das nicht denken? So richtig tief deckt man sich da nicht rein, was das wirklich für Folgen haben kann. Naja gut, es ist auch schwierig, wenn du das wirklich durchspielst, wirst du wahrscheinlich nicht fremd gehen. Das ist ein krasser Lustkiller. Du musst es ja ausblenden in gewisser Form. Vielleicht musst du dir sogar einreden, ach ich glaube, ich fände es gar nicht so schlimm. Was macht das nicht nur mit der Beziehung, die wir haben dann oder hatten, sondern mit jeder Beziehung, die sie danach haben wird? Das ist immer gleich zu übertragen auf alles. Naja, es wird einen Einfluss haben für den Rest ihres Lebens. Ist schon mal jemand mit dir fremdgegangen? Ja. Und das hat einen Einfluss auf dein Leben? Auf jeden Fall. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich es heute noch aktiv merke, aber es hat einen gewissen Samen des Misstrauens in mir gepflanzt. Ja. Und ich würde sagen, bei mir gibt es so eine Doppelpackung. A, die erste Frau, mit der ich was hatte, ist ja mit meinem besten Freund für eine Nacht durchgebrannt. Und dann bin ich da. Wobei die erste Beziehung zählt ja eh nicht, da ist alles allein. Ja, da ist alles noch weich und da kann man sich ganz schnell von wiederholen. Das war die erste Beziehung, das macht gar nichts. Da wusste doch keiner so richtig, was los ist. Ist das schon fremdgehen, wenn du mit der schläfst? Deinem Freund kann man da auch keinen Vorwurf machen. Hey, wir haben doch bisher auch alles geteilt. Warum denn jetzt auf einmal nicht auf das? Das war nicht so geizig. Ja, wirklich. Typisch du. Du, wirklich, jetzt mit Besitzansprüchen kommen. Ja, es fiel mir auch schwer, weil es hat mich so krass schockiert, dass ich es gar nicht, kennst du das, wenn etwas so hart einschlägt, dass du im Moment des Einschlags gar nicht so hart davon getroffen bist? Klar, dass du fast schon in so eine Schockstarre, in so eine Taubheit kommst. Ja, und so war das. Und das habe ich erst viel, viel später realisiert. Und gleichzeitig war ich danach auf Ibiza, der Ferieninsel des Vergnügens, und da haben tausend Gäste jede Woche durchrotiert. Ja. Und ich würde sagen, das hat auch nochmal was mit meinem Verständnis von männlich-weiblicher, männlich-männlich-weiblich-weiblicher Beziehung gemacht. Und von Treue und Fremdgehen und generell Sex überhaupt. Ich weiß nicht, ob es das Wort Treue da überhaupt gab. Nee. Aus ganz, ganz vielen Sichten heraus. Ich meine, ich war nicht in einer Beziehung in dieser Zeit. Nein, aber die Frauen, die wahrscheinlich dort waren. Also, ich habe jetzt nicht immer gefragt. Also, du hast jetzt nicht so. Übrigens, bevor wir irgendwie näher miteinander was zu tun haben, möchte ich gerne mit dir diesen Fragebogen durchgehen. Wie ist es eigentlich heute? Also, damals waren ja die Frauen, die wahrscheinlich dorthin gefahren sind, jetzt nicht irgendwie in den 40ern oder 50ern, sondern irgendwie in deinem Alter. Vermute ich mal. Ja. Und wie weh ist es heute? Heute fahren da immer noch, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass 20-Jährige in so einen Ibiza-Club mit Animation fahren. Ich glaube, das gibt es nicht mehr so. Oder das? Das ist nicht mehr so ein großes Ding. So ein Animations-Club. Es gibt mittlerweile ein Handy. Also, kann sich anders machen. Keiner braucht es mehr. Aber die Feierkultur gibt es auf jeden Fall immer noch auf Ibiza. Gibt es jetzt so richtig fette Clubs mit Pools und mit allem drum und dran. Und dann legen halt recht große, namhafte DJs auf und dann kostet eine Karte 80 oder 100 Euro. Und das Krasse ist, Getränke sind unfassbar teuer da. Also wenn du so zu dritt oder viert feiern gehst und so ein bisschen angedüselt bist, hast du schnell mal 600, 700 Euro in so einer Dreier-, Vierer-Gruppe. Kann es sein, dass es damals in der Stadt, wo du warst, einfach gar nicht so viele Attraktionen gab? Das heißt, die Hotels mussten was bieten, damit die Leute, die dort hinkommen, was hatten? Nein, es war einfach gang und gäbe, so Clubs zu haben. Das gehörte sich einfach. Das gehört sich einfach. So ein Animations-Club, ey, das ist wirklich das Letzte, was mich irgendwie reizen würde. Natürlich, aber es gibt ja immer noch Kinder-Animationen. Ja, das gibt es auch. Das sind die schlimmsten. Aber das ist auch jedes Mal erschreckend, weil ich die sehe, wenn die Leute, die das machen, denke ich, ich glaube nicht, dass du darauf Bock hast. Also ich kann dir nur aus meiner Zeit sagen, als ich das gemacht habe, du vergisst irgendwann, was du machst, sondern du machst es einfach so. Und das ist auch nicht schrecklich. Ich habe immer Jogging für Frühaufsteher gemacht, das wollte keiner machen. Und da gab es immer so ein paar besonders männlich ambitionierte Typen, die dann so, oh, den Animateur jage ich schön über die Berge morgens. Und man kommt natürlich immer aus einer durchkaterten Nacht, wacht dann morgens auf, die Sonne ballert schon, weil da Hochsommer auf Ibiza ballert die Sonne einfach so ab 8 Uhr morgens. Und um 9.30 Uhr musst du dann dich über die Felsen jagen lassen von irgendeinem Hotelgast, der meint, er müsste dich bezwingen im Laufen. Und er so, ja, ja, mach mal da. Und er rennt dann immer schon 200 Meter vor und so, hey, wir hätten hier abbiegen müssen. So zwingst du dich in die Knie. Ich warte auf dich an der Ziellinie. War auf jeden Fall eine Zeit, die mich auf eine ganz krasse Art und Weise geprägt hat. Meine Mutter meinte, und das hat sie mir jetzt gerade erst vor ein paar Tagen im Auto erzählt, dass ich wiedergekommen bin und auf die Knie gefallen bin im Wohnzimmer direkt und angefangen habe zu heulen. Wirklich? Ja. Sie meinte, ich soll gesagt haben, das war so eine krasse, auch schreckliche Zeit. Wirklich? Dass ich das nicht ausgehalten habe. Und darin konntest du dich aber gar nicht mehr erinnern? Das habe ich schon verdrängt. Wirklich? Ja. Das war so eine krasse Überbelastung. Hat das deine Mutter dir jetzt erst mitgeteilt oder das ist schon lange her, diese Info? Jetzt hat sie mir vor zwei Tagen erzählt. Ach krass. Ja, ja. Im Auto, so meine Tochter. So nebenbei. Ich glaube, sie ist gefahren und so, übrigens, ich bin zwar wieder krass. Und ich so, ja, was war da? Da bist du, erinnerst du dich nicht mehr? Und ich so, nein. Krass. Und ich glaube, es hat mit mehreren Sachen zu tun. Da bin ich ja ultra fromm aufgewachsen. Du warst eigentlich wie im Krieg. Es war für mich eine Art emotionaler Krieg, weil ich glaube, ich hatte eine ganz krasse Vorstellung von, hey, man heiratet, man ist in dieser Ehe, bis der Tod uns scheidet und so. Und dann habe ich neue Lebensmittel. Kennenlernstür. Und ich dachte so, ah, okay, das ist auch ein Teil der Welt. Glaubst du, dass die Hotelkette oder dieses Hotel wusste, was sie dort einstellen? Also ich meine, ihr habt ja, also es ist ja so, dass ihr dort Animationen gemacht habt, aber ihr habt auch Animationen hinter den verschlossenen Türen gemacht. Wir waren für das Wohl der Leute zuständig, meinst du? Ja, exakt, um es mal so zu formulieren. Nein, das wussten die nicht, das war auch verboten. Meinst du nicht, dass es vielleicht auch von den Leuten, junger, attraktiver Mann, du darfst anfangen. Das ist vielleicht auch, ich werde jetzt nicht das Wort Prostitution in den Mund nehmen, aber dass die Hotelbesitzer oder die Leute eingestellt haben, auch nach gewissen Kriterien ausgesucht haben, um zu wissen, hey, das wird den Gästen gefallen. Also ich hatte immer den Eindruck, die haben nach Qualität der Performance so ausgesucht, wie man, also nach dem Tanzen konnten sie jedenfalls nicht aussuchen. Musstest du da vorspielen oder irgendwas? Ja, du musstest ganz viele Sachen machen bei der Einstellung. Du musstest einen Tanz vorführen. Wirklich? Den überstanden haben, weiß ich auch nicht. Dann musstest du was singen. Wirklich? Ja. Und du musstest so eine Moderation machen. Ja. Du musstest dich frei vorstellen. Es war wirklich so ein riesen Vorstellungsding. Ey, hast du nicht auch Vorstellungsgespräch? Ja, aber ich habe noch nie ein Animationsvorstellungsgespräch. Aber wie viele Vorstellungsgespräche hattest du schon? Ein paar, aber die waren sehr trocken in irgendwelchen Büroräumen und nicht, hey, moderiere mal und tanz mal und sing mal. Ich hatte neulich wieder ein Vorstellungsgespräch für eine Sache, die ich machen will. Ja. Und, boah, ich dachte auch so, wow, das erinnert mich ja krass an früher, so Vorstellungsgespräch. Gruselig. Ja, und trotzdem muss man irgendwie durch. Jeder präsentiert seine beste Seite und so. Aber hey, ich finde es eigentlich, mittlerweile bin ich so mit einer Einstellung da drin so, hey, entweder kennst du meine Qualität und meinen Wert oder eben nicht. Ja. Und dann eben nicht. Ja. Ich habe gar nicht mehr so einen Bock, mich zu präsentieren. Eigentlich willst du mich eh haben, du weißt es nur noch nicht. Bei einem Job? Weiß ich nicht. Wäre schön, oder? Ich wusste gar nicht, dass die da in diesem Ibiza-Ding richtig, ich dachte, da haben die genommen, wer kommt. Weil es keiner machen wollte? Ja, ich dachte. Nein, Mann, da haben sich, glaube ich, sechs, sieben Leute auf zwölf Stellen beworben oder auf zehn. Super, super wenig. War sehr limitiert. Ach, krass. Ich war halt der jüngste Animateur jemals. Wirklich? Haben sie mir gesagt. Warum? Sie hatten ein Auge auf ihr kleines Schäflein. Wie alt warst du? 20. Ach so, doch so alt. So alt? Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie, ich war 16. Nein. Oder 17. Ey, das war auf jeden Fall eine... Ja, muss ja nach dem Abi gewesen sein, macht ja keiner. Ey, mit 16, da hast du da nicht... Naja, ich hab aber immer, wenn du so erzählst, will ich dich als so kleinen 16-jährigen Hempfling da rumrennen. Ich war ein 20-jähriger. Ja, du warst ein 20-jähriger Hempfling. Ja, ganz viel über das Leben gelernt. Auch ein paar Sachen, die ich nicht lernen wollte. Aber die kamen dann mit rein. Und anscheinend war es so eine Belastung für mich, dass ich danach krass geheult habe. Und ich hab mich vielleicht auf eine Art und Weise da selber übergangen. Vielleicht auch ein bisschen selbst betrogen. Es war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Du wirst ja die Sachen auch gemacht haben, weil andere das auch gemacht haben. Also du bist ja in der Gruppenkonstellation der Animateure, die da waren, wirst du ja wahrscheinlich gesagt, nee, ich mach hier mein eigenes Ding. Also es gab so ein paar alte, erfahrene Hasen. Die haben ihren Stiefel da super krass durchgezogen. Ich glaube, ich war eher ein bisschen schüchterner und auf Abstand zu dem Ganzen. Also du glaubst nicht, dass es da auch eine Gruppendynamik ist? Klar gab es eine Gruppendynamik, aber... Das macht der auch so, dann ist es okay für mich und moralisch ist es vielleicht bedenklich. Aber naja, die anderen machen das auch so. Gerade in dem Alter sind es Gedanken, die zumindest mich auch krass umtrieben haben. Ich glaube, das merkst du gar nicht so richtig. Also du merkst gar nicht, was da so wirklich passiert mit dir in dem Moment, wo du in dem Strudel bist. Und es ist ja immer so eine Dynamik, wir als Hotelpersonal und die Hotelgäste. Und intern wird ja auch ganz anders geredet und dann gibst du die Hotelgäste. Du baust ja keine Bindung zu denen auf, weil die wechseln jede Woche durch. Also es ist selten, glaube ich, dass jemand, der in einem Hotel arbeitet, wirklich sich verliebt. Und die Leute an der Bar, die verlieben sich noch wirklich. Das muss man sagen. Der Rest, das ist sehr schwer. Warst du nur eine Saison da? Ja, alle anderen haben das eigentlich dann so krass gefeiert und gesagt, sie wollen das wieder und wieder und wieder machen. Für mich war es klar nach dem halben Jahr, ich will das nicht mehr machen. Also das war so, ah okay, so sieht das aus. Das ist eine Erfahrung, die mache ich mit. Aber ich habe nicht nochmal Lust gehabt, die Erfahrung nochmal zu machen. Ja und scheinbar hast du ja schon da gespürt, dass es nichts Gutes ist für dich. Also wenn du dann zusammenbrichst zu Hause weinend und ja wie nach dem Krieg, deswegen hatte ich das Bild so vor Augen, hey, mein Sohn kommt aus dem Krieg und ist jetzt total, hat PTSD, dann wirkt es ja auch so, als hätte dein Körper und auch deinen Kopf oder dein, du bist selber auch gewusst, das ist nicht das Richtige hier für mich. Ja, ich weiß nicht, ob postromantische Belastungsstörung ein bisschen zu weit gegriffen ist, aber es hat auf jeden Fall was mit meinem System gemacht und alles, wie ich die Welt gesehen hatte vorher und wie ich es mir zurechtsortiert hatte, wurde in Frage gestellt. Das war es auf jeden Fall. Also, dass ich danach ein tiefes Fragezeichen in mir hatte, so wie funktioniert die Welt und wie funktioniert miteinander und wie, was bedeutet eigentlich Treue und sich aufeinander verlassen können. Ich meine, das muss ja auch die Zeit gewesen sein, dann, wo wir uns kennengelernt haben danach, also nicht direkt, aber irgendwann. Ja, danach haben wir uns kennengelernt. Und du bist ja da, also wenn ich so überlege, wie du auch, wie wir durch Clubs gerannt sind, auch das wird mir jetzt nochmal ganz anders klar, du bist ja mit einer ganz anderen Haltung dadurch. Für dich war ja, also wenn du ein halbes Jahr auf Ibiza feiern bist oder Animateur, dann ist ja so ein Berliner Club, du musst dich ja wie zu Hause angefühlt haben, sich da zu bewegen auch und Leute anzusprechen und ständig in Kommunikation zu sein und alles ist lustig, alles ist cool. Und die Haltung und die Art, wie du warst, hat dir ja auch geholfen, sehr schnell in Kontakt zu kommen mit Frauen oder auch anderen Personen, wo ich manches Gefühl hatte, oh Gott, wieso bist du eigentlich so offen und so mutig, aber es ist ja auch, was sein System krass gelernt hat über ein halbes Jahr. Trainingslager. Richtig Trainingslager. Das muss ja auch sich sehr easy von der Hand gehend angefühlt haben. Das ist es immer noch, würde ich sagen. Ja klar, natürlich, glaube ich auch jetzt noch, aber direkt danach. Aber ich mache das jetzt, also wenn ich irgendwo bin, ich bin ja durch meinen Job in den Medien ganz häufig mit ganz vielen verschiedenen Menschen in Kontakt und ich merke, dass ich heute, würde ich sagen, schnell einen tieferen Zugang finde zu Menschen als damals. Aber ich finde relativ schnell irgendwas, wo man denkt, hey, man kann sich richtig gut unterhalten und so tickt der Mensch oder das ist eine Facette von dem Menschen. Das finde ich immer noch super spannend. Aber dieses so Freidrehen auf Partys und so, das gibt mir tatsächlich überhaupt gar nichts. Nee, nee, heute glaube ich das auch nicht mehr, aber damals war das, glaube ich, schon auch aufgrund dessen, was du dort gelernt hast, ja, einfach eine sehr einfache Art, hier dann sich wieder wohlzufühlen oder zumindest einzutauchen in dieses Party-Life. Ich glaube, du verlierst die Scham vor der Zurückweisung oder vor dem, was wir alle haben, wenn wir jemand anderes ansprechen oder wenn wir irgendwo sind, so, oh Gott, wie ist der denn drauf? Ja. Sodass das alle anderen denken und du lernst irgendwann, dass das die meisten gar nicht denken. Die meisten sind mit ihrem eigenen Film beschäftigt. Das sind alles nur Hotelgäste, die sowieso nach einem halben, nach zwei Wochen wieder verschwinden. Alles Hotelgäste, genau. Die sehe ich eh nie wieder. Vielleicht als letztes, um die Runde zu schließen. Wie glaubst du, kann man das wieder aufarbeiten, so ein Betrug, wenn der stattgefunden hat? Was braucht es, um wirklich miteinander wieder ins Reine zu kommen? Also eine absolute Offenheit erstmal, in dem auch was passiert ist? Ja, also darf der Partner, die Partnerin dann alles fragen. Sodass man wirklich alles sagt. Ja, wir hatten auf unserer Waschmaschine dann Sex und ich hab sie gewirkt, so wie du es immer magst. Sowas? Also wenn sich das zumindest der andere wünscht. Es kann ja sein, dass der andere sagt, ich möchte alles wissen. Es kann sein, hey, ich möchte, dass der Partner sagt, ich möchte gar nichts wissen. Und ich glaub, da eine Offenheit, also damit umzugehen und da auch sich offen darzustellen und nicht in den Widerstand zu gehen, zu sagen, ich will nicht darüber reden und weiter in Lügenkonstrukte zu verstricken. Also wenn du die Frage stellst, warum hast du denn mit ihr geschlafen und wie? Und du sagst, nee, hab ich gar nicht so und so gemacht. Also ich glaub, dann wird es nur schlimmer. Ich glaub, wenn das Bedürfnis dann da ist, dass alles, alle Informationen ausgetauscht werden sollen, dann muss man sich dem stellen. Ja. Eine brutale Offenheit, glaub ich schon. Ich glaub, das ist gar nicht so gut. Also die kleinsten Details, weil das kreiert Bilder, die du nie wieder loslassen kannst. Dann siehst du das immer in deinen Gedanken. Aber natürlich weiß man das vorher nicht. Aber ich glaub, in einem Klärungsgespräch weiterhin Dinge zu verheimlichen, macht's nicht besser. Weil dann, das Gegenteil wäre ja, nee, darüber möchte ich nicht reden. Dass dann die Fantasie abdreht von der Person, mit der fremdgegangen wurde. Hat er die jetzt wirklich und so? Lass mich nur eins sagen, es war viel aufregender als. Es war wirklich schön. Ja, die Frage zum Beispiel, war es schön? Würdest du die ehrlich beantworten oder nicht? Würdest du sie ehrlich beantworten? Ich hab das Gefühl, ich müsste sie ehrlich beantworten. Vielleicht kann auch nur dann wirklich eine Heilung stattfinden, wenn man merkt, okay, der Partner ist wirklich offen und ehrlich. Vielleicht ist das die Basis dafür, dass es dann heilen kann und darf. Glaubst du, man kann wieder wirklich eng zusammenfinden, nachdem ein Betrug stattgefunden hat? Oder ist das immer so ein Stachel, der bleibt? Ich glaube, es ist ein Stachel, der bleibt. Aber ich denke, man kann wieder eng zusammenfinden. Das sagt auch die Statistik, by the way. Beim einmaligen Fremdgehen schaffen das recht viele. Aber bei einer langen Affäre fast keiner. Also da ist sie wieder zusammenkommen, Chance sehr, sehr gering. Und es muss, glaube ich, auch klar sein, dass die Person, mit der fremdgegangen wurde, muss auch eine sehr klare Haltung einnehmen. Also es gibt so ein, ja, ich weiß nicht und wir lassen uns das probieren und mal gucken. Ich meine, na klar ist es passiert. Die Verletzung muss auch ausgelebt werden. Aber irgendwann muss auch Ruhe wieder herrschen. Also ich glaube nicht, dass man das, wenn man das die nächsten 20 Jahre dem anderen vorhält, ist das auch keine Basis. Nein, also vor allem nicht dann in Streitsituationen, wenn man irgendwie gerade angepisst ist. Aber du hast mich damals betrogen, ich darf das. Weil es enthebelt jegliche Substanz für eine Beziehung am Ende. By the way, eine Bekannte von mir, die wurde richtig übel betrogen von ihrem Partner. So wirklich auf jeglichen Geschäftsreisen und so ganz, ganz mies. Und sie meinte einfach nur, wenn er sich entschuldigt, bei mir ist alles wieder gut. Und ich so, gibt keinen ungefragten Ratschlag. Vor allem, wenn er sich entschuldigt und dann gilt es das fürs nächste Mal auch und fürs übernächste Mal auch. Er braucht sich nur entschuldigen, dann ist alles wieder gut. Nein. Das ist ja wie so eine Get-Free-Card. Naja, dann ist das, was passiert, ist erstmal ungeschehen und dann kann sie ihm das verzeihen, bla bla bla. Hat er natürlich gemacht, sich entschuldigt. Die haben drei Tage wieder in seiner Wohnung gelebt. Und dann hat sie doch gemerkt, dass nicht alles okay ist. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Boah. Ist das ein leichtes Thema oder ein schweres? Schon eher ein schweres, ne? Ist schon ein schweres. Aber es betrifft wahrscheinlich jeden irgendwann mal in seinem Leben. Statistisch gesehen wollen es 97% anders, aber zwei Drittel tappen zumindest einmal in ihrem Leben in die Falle. Ja. Liebe Leute, wenn ihr den Podcast genossen habt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und geht uns nicht fremd, sondern bleibt uns treu. Ja, also ab und zu mal fremd gehen. Statistisch gesehen ist es völlig normal, habt ihr gehört. Und wir würden euch auch vergeben, wenn ihr euch bei uns entschuldigt. Nein, wenn ihr eine gute Bewertung hinterlegt habt. Bei Apple Podcast oder bei Spotify. Was ja eine Entschuldigung wäre. Das ist sowas wie eine Entschuldigung. Eine Fünf-Sterne-Bewertung ist sowas wie eine Entschuldigung. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, bis dahin. Wir wünschen euch was. Also treu sein ist nicht so wichtig. Wiederkommen ist wichtig. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.